Der LCD 88 CompuStand ist das ideale Tool für den mobilen Einsatz. Im Unterboden der Tasche ist ein stabiles Stativ untergebracht. Dieses können Sie mit wenigen Handgriffen auf die gewünschte Arbeitshöhe einstellen. Im oberen Bereich der Tasche befindet sich die Arbeitsplatte, die sich mit einem Dreh auf dem Stativ befestigen lässt. Das Ganze ist in weniger als einer Minute aufgebaut. Außerdem haben Sie noch genügend Platz für einen Laptop oder Beamer im oberen Bereich. Untertitelung des ZDF, 2020